Ich baue ein Haus oder mache einen größeren Umbau bei mir zu Hause. Brauche ich jetzt wirklich eine Bauherrenhaftpflicht? Heute geht es um das Thema Bauherrenhaftpflicht. Wenn ich ein Haus baue oder einen größeren Umbau mache, sollte ich natürlich meine Baustelle entsprechend absichern. Dennoch kann es passieren, dass Besucher oder einfach auch Neugierige auf meine Baustelle herumspazieren. Auch wenn ich das gar nicht möchte und sich verletzen, bin ich als Bauherr in der Haftung und zwar egal, welches Schild ich an meiner Baustelle anbringe. Nun aber zurück zur Frage, brauche ich eine separate Bauherrenhaftpflichtversicherung? Gute Privathaftpflichtversicherungen haben das Thema Bauherrenhaftpflicht bereits integriert. Somit wäre es nicht notwendig, eine zusätzliche Versicherung abzuschließen. Genau aus dem Grund sollten Sie vorab prüfen, ob Sie das Thema Bauherrenrisiko vielleicht schon in Ihrer privaten Haftpflichtversicherung mitversichert haben. Ich sollte das einmal zu lange machen, dann muss ich es wieder von vorne öffnen, gell? Und wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Haus baue, auf meiner Baustelle, auf Stelle, Baustelle, 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 Baustelle. Das Problem ist, ich schreibe mir Sachen auf und sage die nicht, weiss. Das Problem ist, ich schreibe mir Sachen auf und sage die nicht, weiss.